Sasi und Freddy wollen heute ein Skateboardrennen machen. Freddy wettet, dass er vom Müllplatz bis zur Eisdiele nur 15 Minuten braucht. Das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Schauen wir mal, ob er wirklich schneller ist als Sasi. Der Wetteinsatz ist klar. Ein riesengroßes Eis. Oh, wie lecker! Doch was hat das Skateboardrennen mit Zeitspannenberechnen zu tun? Wir werden es gleich zusammen herausfinden. Schauen wir doch erstmal, wie spät es ist. Jetzt ist es gerade Punkt 15 Uhr. Kannst du sagen, ob das eine Zeitspanne oder ein Zeitpunkt ist? 15 Uhr ist ein Zeitpunkt. Wir können ihn mit der Frage, wann machen die beiden ihr Wettrennen, erfragen. Freddy behauptet, dass er in 15 Minuten an der Eisdiele sei. Um wie viel Uhr wäre er dann dort? Um 15.15 Uhr. Auch diese Uhrzeit ist ein Zeitpunkt. Zwischen diesen zwei Zeitpunkten, zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr, liegt eine Zeitspanne. Sie sagt dir, wie lange etwas dauert. Hier ist die Zeitspanne 15 Minuten lang. Lass uns mal genauer anschauen, wie wir Zeitspannen berechnen. Dabei hilft uns dieser Pfeil. Vorne am Pfeilanfang tragen wir den Startzeitpunkt ein. In unserem Beispiel ist das 15 Uhr. Und hinten am Pfeilende… Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!